Es fühlt sich an, an meinem armen Herz. Es trifft doch nicht ihr Schwert, wenn ich ihre Klänge höre. Als ob der Kampf mich von Tumor hält, als ob er in mir weht und wird nicht zuzustüren. Ich will so gerne tauschen dir dem Gegenherr. Ich will kämpfen da draußen, ich stand mit mir selbst. Wow, kann mich irgendjemand haben, wie das Chaos und den Lern vernehmt, ich fühle mich so alleine. Bis zum nächsten Mal.